Was ist anders dieses Mal bei diesem Buch? Es hat ein Hardcover, es ist dieses Mal glänzend und nicht matt. Es hat aber innen eine ganz dicke Seite, das ist 170 Gramm und auch glänzend, nicht matt wie bei den anderen Büchern. Ich habe das extra so gewählt, weil es doch das Hauptbuch ist zu den Malbüchern, die sind dann auch anders wieder aufgelegt. Zum Titelbild muss ich sagen, das habe ich zu einem Neujahrsbild gemacht. Das war also mein erstes Bild in einem Jahr. Ich bin ja Künstlerin und ich male immer ein Neujahrsbild. Der heißt eigentlich Der Philosoph. Ich habe es keine Woche auf meinem Shop bzw. auf meiner Homepage art.modella-mella.com öffentlich gezeigt. Da hat mich schon jemand angerufen und hat es gekauft. Also das Titelbild hier, wieder weg, verkauft, einen neuen Besitzer gefunden, finde ich ganz großartig. Es war aus einer Serie heraus, Emotion hat die geheißen. Es gab da mehrere Bilder, zwei von denen sind schon weg, soviel ich weiß. Ja, und ein paar gibt es noch, die kann man noch kaufen. Aber wie gesagt, der Philosoph war sofort weg. Ja, das zu meinen Bildern, die ich da herin ja natürlich auch verwende. Ich erzähle euch ein bisschen mehr. Schaltet es wieder zu, ich freue mich drüber. Vielen Dank dafür.